Auf dem Spielfeld wurde es ernst. Gerade nahm die Defense Aufstellung und positionierte sich der Angriffslinie von Zickamore gegenüber. Wir schaffen das, sagte Jake noch einmal. Wir werden den Ball bekommen. Er wollte nicht aufgeben. Nicht heute. Allen nahm die Hände vom Gesicht. Und dann? Dann haben wir die Chance, die wir brauchen. Beide Wide Receiver sind verletzt. Wir haben keinen Ersatz. Und egal, wo wir den Ball bekommen, für ein Laufspiel wird es zu weit sein. Allen fehlte eindeutig die Zuversicht. Und darum wirfst du auf mich. Wie viele Sekunden haben wir noch? Jake spürte das Feuer in sich. Er würde es schaffen. Allen brauchte den Ball bloß auf ihn zu werfen. Sein Kumpel warnte sich ihm zu. Unglauben spiegelte sich auf seinem Gesicht. Du siehst nicht mal die verdammte Stadionuhr und willst, dass ich einen Pass auf dich werfe? Ach, sind die Kontaktlinsen. Durch den Schweiß beschlagen. Das legt sich beim Laufen. Also, wie lange noch? Achtzehn Sekunden. Auf dem Feld ging der Spiel weiter. Secamore in der Aufernes. Dritter Versuch. Knapp hinter der Mittellinie und zehn Jarts zu gehen. Der gegnerische Quarterback hatte den Ball in der Hand und wollte ihn an seinen Running Back übergeben. Aber der kam in Stolpern und ließ ihn fallen. Sofort stürzte sich ein Verteidiger darauf und sicherte ihn. Das Stadion explodierte. Die Leute drehten vollkommen durch. Vernon Hill am Limit. Alle waren von ihren Sitzen aufgesprungen und brüllten, was das Zeug hielt. Jake hatte das Gefühl, sich im Auge des Sturms zu befinden, während um ihn herum ein Hurricane brandete. Sein Team hatte nun die Chance, alles zu wenden. Es fehlte ihnen nur ein Touchdown. Was ist jetzt, Alan? Setzt du mich ein? Kann ich mich auf dich verlassen? Zu 100 Prozent. Ich werde den Ball fangen und bis in die Endzone marschieren. Mann, wehe, das klappt nicht. Vertrau mir. Sanchez wird mit dem Kopf abreißen. Der will bestimmt was anderes. Alan blickte zu ihrem Coach. Wenn wir gewinnen, klopfte er uns auf die Schultern. Wir werden verdammte Helden sein. Jake glaubte an das Team, an sich. Oh Gott, vorauf lasse ich mich da bloß ein, meinte Alan und schüttelte den Kopf. Dann boxte er Jake in die Seite. Tu es einfach.